Ja hallo! Hallo! Gehen wir schlafen? Ja! Ich gehe nicht schlafen! Ich bin satt, ich bin die Blüte satt. Lachst du nach. Okay, ich gehe schlafen. Das weiß ich auch noch. Und noch mal die Karolina ist letzter. Weil ich habe keine Zeit. Immer. Niemand schickt mir Post. Ich bin traurig. Ich gehe das in den Post. Gehst du wieder? Wann wohin? Ein Post! Zu mir? Ja. Erster Post für Karolina. Ja! Und für heute Alex haben wir noch keine Post gegeben. Was ist das? Oh, ich habe ganze Zeit das mir gewünscht. Warte, Alex braucht auch einen Post. Alex hat doch keine Post gekriegt. Arme, Alex. Warte, schick sie etwas. Bitte! Bitte! Ich schenke dir Essen. Nein. Ich weiß nicht. Karolina, willst du das? Ich will, ob du den Wutze gehst. Ich brauche ein Holz. Kannst du Holz gehen? Nehmen für mich Holz? Muss ich nicht. Bitte! Du bist wunderbar und du hast alles für uns gemacht. Und jetzt nicht. Aber am besten du... Ich will normal. Ich bin... Obel, obel, obel. Ich will... Obel, obel, obel. Was hast du geredet? Was brauchst du? Holz. Ganz viel Holz. Erst dann gebe ich dir Zeugen schnell zu meiner Kiste, guck. Na gut. Und dann komme ich schnell. Na gut! Hab ich noch? Doch, dann habe ich keine Erzählung. Habe ich keinen. Okay, dann gehe ich. Schön. Jetzt gehe ich in echt so lange. Tschüss. Hast du seine Mappe mit? Ja, ja, hier habe ich. Wie willst du dich verloren sein? Ja, habe ich. Übervolle andere Bilder. Ich habe so viele Gemüse. Ich bin müde. Immer muss ich weggehen. Ah, hier habe ich mein Telefon vergessen. Drinnen, drinnen. Hallo? Ich bin Alex. Hallo? Was? Was willst du von mir? Ähm. Ähm. Wollt's? Ja. Wollt's auch Geld auch. Eine Buzzi, 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 Buzzi. Wo bist du? 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 Okay, das Lama. Und wer braucht noch eine Lama? Ich. Okay. Ich kann nicht hüpfen. Ich brauche keine Lama, will ich sagen. Ich brauche nur Holz. Nur Holz. Ich warte, ich warte, dann kann ich hüpfen. Okay, dann nehme ich dann Holz. Ich hasse ohne Hüpfen. Ich schicke dir etwas. Für wem? Für Alex. Okay. Post! Post für Alex! Post für Alex! Oh, das schon. Jetzt kann ich. Veronika! Psst! Jetzt her! Warum habe ich angezogen? ich kann keine rüstung wenn man was ich was leben immer das ist ich habe die schlüsse geschenkt das ist das bin ich als müssen wir sehen ich bin was Warte, wo bist du da? Hey! Alex, schau mich an! Das bin ich nur! Ach so. Ich schalte Blick auf dich, ich bin schon gestorben. Ich bin eh Nachbar. Mama, ich bin schon gestorben. Ähm? Warum nicht, ich bin schon gestorben? Warte, was soll ich denn machen? Warte, ich habe gerade etwas nicht ausgedacht, aber ich habe ihn wieder vergessen. In Zulogun habe ich keine Zeit gehabt. Mama immer mich ärgert, ich muss immer kommen. Warte, was soll ich machen? Meine Mama ist schon gestorben, aber... Ich habe schon vergessen. Ich gehe weiter in die Mine bauen. Warte, wer hat... Wer braucht so viel Holz? Ich. Alex, du auch? Ja, und ich. Ich habe nicht so viel gehabt. Ah, später. Ich muss noch ein bisschen kümmern. Was sind die Bilder? Was sind die Bilder? Dann ruf mich, dann redest du. Was sind die Bilder? Aber er kann alles machen, aber er ist lieb. Immer. Wo sind die Bilder? Was sind die Bilder? Ich bleibe da. Oh, ich war aneinander. Soll ich einen Wolf hauen? Nein. Nein. Aber siehst du, schaffst du für mich ein Schaf. Ich bin jetzt jetzt Frau. Hast du eine weiße Wolle? Ich habe echt den Wolf gehauen. Hast du eine weiße Wolle? Ich habe den Wolf... Nein, glaube ich. Warte. Warte, ich gehe zu dich schauen. Ja, ja, ja. Ja. Schaffst du mir? Und ich habe jetzt auch das Holz. Ja, ich gebe. Ein bisschen alles gebe, weil ich habe eine ganze Gebäude. Danke. Entschuldigung. Gebe auch ein bisschen. Mein Fühl für das Schiff. So. Das läuft schon. Okay, ich muss die Lorete machen. Ich schicke dir etwas Nachbar. Danke. Ich habe gar kein Gemach. Weil es gibt keine Toilette bei unserem Haus. Wer will deine Toilette haben in dem Haus? Ich nicht. Weil muss man. Weil ich habe Eis. Ich kann die ganze Zeit so herum herinnen. Kann ich etwas Kraft-Tink machen? Ja, ein Helm. Ich werde bald einen ganzen Lüstenkabel. Wäre super. Aber ich brauche das. Ich habe ein Stück. Oh shit. Oh shit. Super. Oh shit. Wir machen mal das. Du brauchst ein weißes Wolle und sechs Sklaven. Nein. Ich habe nicht das. Nur das. 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 Oh shit. Das habe ich nie. Wer hat kommt? Alex, schau auf mich. nie. Mama, komm hier. Mama, komm hier. Mama, komm hier. Macaroni. Mama, kommt hier. Mama, komm hier. Mama, komm hier. Ich tue es selber. Okay. Karolina hat so ein bisschen... Schau, schau wie lustig es blüht. Das habe ich selber gepasst. Willst du lachen, dann musst du woggen. Dann musst du woggen. Oh, ich habe nur ein Herz gehabt, Oka. Bitte hau mich nicht, ok? Nein! Dann wäre ich tot. Nein! Nein! Ich brauche... Oh, alles fertig. Ah, ich habe mich. Cool, cool. Alles fertig. Ich muss nicht mehr Gläser machen. Ich brauche mich, ich brauche mich. Äh, Karolina, bist du gespans? Ja, ich bin schon gestorben. Ich habe nicht gewusst, nur den Tisschen frage ich. Warum so lange Sticker sind? Und... Was ist das? Da muss ich eine... Da kann ich eine Bombe... Aua! Aha! Wildverdeckung kann man nicht hüpfen. Ich habe eine gute Idee gemacht! Ich habe eine gute Idee! Ich habe eine gute Idee! Ich habe eine gute Idee! Was? Ich habe eine gute Idee gemacht! Schöne, guck! Schwere, guck! Ah ja, ich weiß das mal. Da wird weiter geheilt. Die Wölfe steht nicht böse. Wow, jetzt habe ich einen Geheingang. Ich habe den Wurfen immer. Schau mal, ich habe einen Geheingang. Zeig. Kann ich sehen? Ja, manchmal müssen wir alleszähler gehen. Das auch. Nein, das passt nicht. Ich weiß nicht, was soll ich machen. Das auch passt nicht. Nein, zu klein. Nein. Ich hab echt einen Geheimgang. Nein, ich bleib ein anderes mit. Was kommt denn an? Nein, das passt nicht. Ja. Das ist... Bitte, bitte, bitte. Ich gehe was holen. Nein, nein, nicht. Das ist doch die Weiße. Warum ist das gleiche Bild? Warum ist das gleiche Bild? Ich denke, es ist schön. Ja! Ja! Ah, 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 ah! Geht auf! Ja! Das ist ja mein Geheimgang, Mama. Das ist ja mein Geheimgang. Schau, Mama. Das ist ja mein Geheimgang. Nein, nein, nein. Jetzt kann ich es etwas hinterfragen. Warte, schau, habe ich ein Stick? Habe. Habe ich hier noch Glas? Wer habe ich das zu meinem Glas gegeben? Hat nicht dieser Dach gebracht? Ist das schon gedaubert? Oh, das ist bei Glas. Das ist bei Glas. Ich habe immer keine Zeit, dann kannst du jemanden mehr. Nein, 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 nein. Ich werde immer eine Rüstung machen. Dann wissen Sie, was wir jetzt haben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was ist passiert? Ich hasse davon gesehen. Was ist passiert? Nein. Nein. Überleg sich selbst. Nein. Warte. Nein, 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 nein. Ich habe mich ein bisschen röstet. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich brauche noch nur zwei. Ich brauche noch das. Ich brauche ich mich wieder auf. Nein, nein, nein. Nein. Ich brauche mich etwas schönes. Vielleicht brauche ich etwas cooles. Wir machen weiter los. Fuchsia. Das mache ich einfach mal klein. Nein, nein, nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Na na na, Schöner Stein. Na 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 na. Letzter bist du Up-Stein iedereen. Na na na. Na na na. Und fertig! Jetzt kann ich, ich halte intermedi. Jetzt will ich einelling проход... Nein, für eine Ela boll Thanks... Also are you? Nein! 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 Was nein? Ah ja. King Kong Hä? Ich spiele mal in meinem Fernsehergeheimnis. Ich spiele auch sowas. Was? Sowas. Was ich? Ja. Das ist noch für Bombermann. Wow, gewonnen! Ich bin der Bombermann und der Mann tötet mich, weil ich bin voll gut. Und der Mann tötet mich. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Weißt du was? Ich zeig dir heute ja. Schau, das ist mein Fernseher. Nur ein Geheimnis. Gewonnen. Schau, es ist aufgemacht. Hallo, lieber Nachbar. Hä? Cool. Eine Geheimtüre hast du? Ja, du musst erst den Geheimdrehen. Aber wie hast du das geklappt, Ding? Bitte teilt. Ja, ich brauch nur eine weiße Wolle. Nur eine weiße Wolle. Ja. Okay. Glaube ich habe noch. Na. Da musst du mir bringen. Erst geht schlafen. Schlafen? Ja, schlafen. Das ist das Schlafenzeug. Und ich zeige das hier, wie schlafen wir das Geheimnis. Okay? Und ich mache heute bei mir eine Party. Party? Ja, und ich mache alle für meine Party an. Schlafen. Okay, jetzt habe ich alle geladen. Warte doch nicht. Was? Ich wusste doch, äh, doch, äh, einen Gaben. Nein. Nein. Ich, ich habe alle geladen. Da? Nein. Ein Japan. Asi da. Ich habe da deinen Post gegeben. Jetzt habe ich schon. Eines und zweites. Und weißt du was? Das ist für meine Party. Super. Du bist voll. Du bist riesig. Okay. Warte, ich nehme das. Puck, puck. Hallo? Warte, ich habe für dich etwas. Eine Liste für meine Party. Ich bin schon bereit für meine Party. Warte, ich habe noch keine gemacht. Ich habe etwas vergessen. Ich muss ein paar große Maffeln. Gut, ich bestelle Sessel machen. Ei, ei. Okay. Warte, Alex, es ist doch in meiner Geladen zu weit. Ich habe doch nicht alles fertig für meine Party. Du kannst doch nicht zu mir gehen, Alex, okay? Oh, und ja. Ich muss doch Sessel machen. Jetzt auch diese Wohle. Schnell, schnell für meine, äh, für Sessel. Lauf, lauf, lauf. Ich schlafe so schnell. Okay. Stellhölze. Stell, viel Hölze. Ganz viel Hölze. Wie kann ich drei Sessel für meine, nein, gepostet Party machen? Oder nicht so viel Hölze? Ich schlafe so schnell. Ich schlafe noch zwei Hölze. Ich schlafe so schnell. Ich schlafe so schnell. Let's test. Lalalala La 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 Liste hier mit der Steekugel Ok Ok Jetzt wird es gleich stehen, ist das gut? Okay. Ich bin eh schon fertig. Ja. Sessel vergerichtet. Eins. Zwei. Nein! 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 Hat jemand noch noch ein bisschen. Äh, warte. Äh, Entschuldigung. Es ist doch nicht her. Es ist nicht her. Veronika ist gestorben! Pfff. Denken wir wohl doch. Jetzt muss ich meine Sachen holen. Aber was soll ich machen? Warum bin ich gestorben? Ja. Ich bin jetzt meine traurigen Sachen. Denken muss ich jetzt holen. Meine brauchen meine Sachen jetzt, was ich will. Alles, was er ja, sehe ich jetzt. Ich könnte nicht stöbern. Ich habe ganz einfach hier geholfen. Und du. Nein! 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 Gibt es hier eine Kravditte im Bauch? Gibt es nicht. Nein! Mhhh! Ich komme gleich. Du kannst gleich zu meinem Geburtstag gehen. Ist das gut? Mhhh! 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 Mhhh!! Mhhh! Mhhh! Danke.